Fans des FCE aufgepasst! Jetzt unser Ergebnis gegen den 1. FC Köln tippen. Smartphone zücken? Auf lr-online.de slash energietipp gehen und zur Videobahn schauen. Die LR verlost ein tolles FCE-Fanpaket. Und am Ende der Saison Karten für das DFB-Pokalfinale. Lausitzer Rundschau. Täglich lesen informiert. Also rauf auf www.lr-online.de slash energietipp.